hallo und herzlich willkommen zu einer neuen mordvorstellung im ls22 ich hab da mal wieder darüber nachgedacht ob man nicht was verändern kann und dann habe ich einen youtube kommentar gelesen dann habe ich mir gedacht mensch das machen wir auf jeden fall beginn sage ich ich baue diese mods für mich die e-line so wie es jetzt ist für die notfriesische marsch gedacht wenn sie nicht gefällt dann brauchst du es nicht runterladen ansonsten immer gerne laden und supporten das ganze das ganze findet man wieder unter als mods der name buschmaster verrät natürlich schon einiges und zwar ist das ein kanzler tm k2 und tfk 200 umgebaut in die line design ist eine tonne schwerer geworden damit man größeren trecker braucht braucht 300 ps arbeitsbreite zwei meter bleibt und 9 km haben mehr arbeitsgeschwindigkeit damit man ein bisschen was schafft das ganze kostet 24.500 bedeutet jeder kann sich leisten gottes willen so ab da auch schon mal was vorbereitet ich weiß ein bisschen überdimensioniert aber wenn man den kleinen netz an macht das ganze dann absenkt und fängt ja auch schon an textur zu buddeln und siehe da du kannst jetzt schön die feldränder sauber machen zumindest da wo du möchtest dann einfach neu gras angesät und fertig ist der lack würde ich sagen an dieser stelle meine lieben download link ist in der beschreibung wenn es euch gefallen hat dann ladet euch den nord runter wenn das video gefallen hat lasst einen daumen nach oben da wenn ihr noch mehr sehen wollt lasst ein abo da aber am allermeisten würde ich mich freuen wenn du da draußen wieder dabei bist wenn es heißt dinge mit alxia auf meinem kanal ich wünsche euch noch einen schönen tag macht es gut bis dann und ciao und und dann und 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 Untertitelung des ZDF, 2020